Was? Hey, ich will hier rein kommen, hast du gestört? Hey, hey, hey! Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal! Machst du mich an, du Hurensohn! Wie? Hattest du nicht stolze! Ist das falsch oder was? Lass uns mal reden unter Männern, ja? Was unter Männern? Komm mal her, lass uns mal reden unter Männern! Ja, ich? Ja, was schwick ich deine Mutter? Natürlich schwick ich deine Mutter! Was willst du denn? Pass mal auf, meine Mutter ist wie soll, ja? Du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero! Was kannst du denn sagen? Ja, dann schwick ich dich! Ich bin nicht schwul! Und hör mal zu, ich kenn dich irgendwo her! Was? Wo kennst du mich? Wo solltest du dich kennen? Ich hab dich schon mal gesehen, ich glaub ich kenn deinen Bruder, oder? Welcher Bruder? Was für ein Bruder? Du hast ja schon mal Stress gemacht! Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht! Was immer ich, ich, was! Mein Bruder ist doch Rami, oder? Du kennst meinen Bruder! Was mein Bruder? Ja, mein Bruder heißt Rami! Du musst nicht unbedingt Rami sein! Rami! Ich hab deine Nummer, ich kann ihn anrufen! Was sagst du, was dein Bruder mit dir macht? Ja, das stimmt! Weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Dein Bruder hab ich trainiert! Wer bist du denn? Wie benimmst du dich? So kommst du in keinen Laden rein, wenn du dich so benimmst! In keinen Laden! Michael Kuh bin ich! Du bist Michael Kuh? Ich muss jetzt meinen Bruder anrufen! Den ruf ich jetzt an! Weißt du, was der mit dir macht? Du musst doch nicht unbedingt meinen Bruder anrufen! Okay, dann muss ich... Pass auf! In diesem Verhalten wirst du in keinen Club irgendwo hier in Berlin reinkommen! Das geht nicht! Du hast dich zu übernehmen! Was soll das? Trotzdem brauchst du nicht meinen Bruder anrufen! Und du hast dich zu übernehmen! Du hast dich zu übernehmen!